Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. In der letzten Folge sind wir mit unserem Bruder ein bisschen in den Wald gegangen und wir haben jetzt am Ende der letzten Folge angefangen, Verstecken zu spielen und wir haben gerade heruntergezählt und müssen jetzt unseren kleinen Bruder finden. Und am besten suchen wir, ob wir irgendwelche Spuren finden, wie ein richtiger Pfadfinder. Ich habe nicht gelinnst, das war nicht gelogen. Gut, gehen wir weiter? Oder möchtest du dann noch beim Baum stehen bleiben? Ah, okay, gut. Wir gehen weiter. Gut, ich weiß gerade gar nicht, ob wir irgendeine Aufgabe haben. Ich weiß gerade gar nicht, wie man noch... Ah, da. Finde Unterschlupf für nachts. Okay. Ja, also ich finde es jetzt nicht, dass er so still ist. Okay, das ist noch eine Wegmarkierung. Brauchen wir nicht alle angucken. Oh, ein Waschbär. Oh. Ja, aber Vorsicht, nicht hinterher rein. Das ist keine Katze. Oh, süß. Ich würde denken... Ich hätte gerne eine Waschbärze aus dir. Hey, don't think about stuff like that. Vielleicht waren sie Brüder, wie uns. Das macht mich schade. Stopp. Sie sind nur Raccoons. Hey, ich denke, dieser Weg führt zu dem Rücken. Komm! Und wo führt der Weg hin? Warte mal, ich habe ja in der letzten Folge einen kleinen... Tatsächlich, hier unten ist ein Fluss. Warte, ist... Ist das der Stein? Genau, hier ist der Stein. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir werden das nicht tun. Das ist ein großartiger Baum. Kann man auch wieder zurück. Okay. Jetzt ist es dein Turnier. Ich gehe auf und runter. Ich werde dich treffen. Warum ist niemand hier draußen? Huh? Es ist Oktober. Die Leute sind nicht so viel. Also warum sind wir? Weil wir können. Wir sind nicht mehr. Mehr Bären. Die wir essen könnten. Ansehen und Essen. Ein Vogelnest. Jetzt. Wir sind zu groß für ein Vogelnest. Ich weiß nicht. Kann ich auch wieder zurück? Oder springt er runter? Das ist ziemlich hoch. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Wäre es nicht besser, dann doch den Weg zu folgen? Ich komme hier nicht mehr hoch. Verdammt. Okay. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hier runter. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, dem Weg zu folgen. Ja, ja. Ich helfe dir. Gruselige Pilze. Sieht so wie ein Klicker. Schrecklich. Was ist das denn? Ich sollte in der Biologie-Klasse hören. Ja. Ich habe es. Okay, wir haben diesen unangenehmen Joke nicht verpasst. Gut. Drücke Abby und dich. Was? Daniel? Können den ja gerade nicht rufen. Ich sagte er gerade runtergesprungen. Ich will auch da runter springen. Wir sind einfach außen rum gerannt. Er springt einfach da runter. Wir haben so lange wandelt. Ich weiß nicht, wie weit wir aus Seattle sind. Achso. Er ist da den Weg gegangen. Achso. Ich habe dich getroffen. Mann, du hast mich verpasst. Das hat mich nicht schockiert. Lüge, Lüge. Ich sah dein Gesicht. Das war, äh, eine Überraschung. Es sah schon so richtig aus, als würde er sich da verstecken wollen. Ähm, ja. Ah ja, wir sind hier bei dem Fluss. Du musst mich so weit entfernen. Oh, das sieht aus wie ein Kaffee. Ein kleines Böckchen hier. Nein. 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 Eigentlich ist es... Es ist ein bisschen perfekt. Aber wie ein kleines Zelt. Für uns, Mann. Wo soll ich da bleiben? Na ja, es geht schlimmer. Hier ist so keine Feuerstelle. Ja, wenn es fein mit Redstone sind, muss Udi machen. Ich kenne mich da nicht aus. Redstone sind mir zu kompliziert. Zeig für ein Feuer, du beschützt das Lager. Äh, du weißt, was für ein Feuer machen soll. Ähm, Träger, Bränschen... Ah, bist du sicher, dass wir das tun können? Wer kann uns zuhören? Nein. Okay. Let's unpack. Finally. Okay. 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 Ok. Dann. Das ist so unfair, weil er schon einen hat, aber wir nehmen die Herausforderung trotzdem an. Ah, Cheater. Ja, wir haben auch einen und das war unfair, du hast schon einen extra gehabt. Oh, spinne. Da sollten wir aufpassen. Aha. Gewonnen. Na komm, nimm. Ich hab vier. Fünf sogar. Verdammt. Hey, Shawn. Komm her. Ich gewinne. Ok. Wie viel hast du? Es ist alles da. Ja, ok. Das sollte genug für die Nacht. Schau? Ich hab dir gesagt, ich will. Ok. Dann haben wir zwei gefunden, wir haben drei gefunden und waren genauso schnell wie er. Ja. Und sie haben sogar noch zwei extra gefunden. Mhm. Hm. Okay. Ah. Hier fließt das sogar da runter. Hier könnte man theoretisch Wasser trinken. Kommt halt darauf an, wie sauber das Wasser hier in dem Fluss ist. Oh, oh. 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 Ja, wir hätten, glaube ich, den Weg weitergehen sollen, wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Aber egal. Ich glaube, am Ende wären wir so oder so irgendwie zusammengeführt worden. Okay. Gehen wir zu unserem Bruder. Oh. Ähm. Ähm. Ok. Daniel, ist das deine? ja da mussten fläche flachen stein nehmen hier fast das ist noch mal wir versuchen uns nicht das mal versuch es noch mal nicht aufgeben irgendwann schaffst du es vielleicht auch nicht er wird den immer direkt ins wasser muss versuchen zu flitschen vielleicht kriegt man eine trophy wenn wir schaffen dass das einmal flippen lässt ja dass niemand was zu dem bh sagte darum hängt dass wir auch nichts sagen können also ich gehe ja nicht offen in den wald spazieren aber für mich sieht das nicht normal aus dass da ihr so ein bh hängt aber ok wo leute wohl schwimmen und haben vergessen die mitzunehmen willst du noch was zu dir müssen sagen deniel oder wollen wir uns vorher versuchen anzumachen ich bleibe hier beim busch hängen er will wohl dazu noch was sagen ich bin mir gegeneinander der baum ist gerade nicht kleiner als du so Untertitelung des ZDF, 2020 das glaube ich dir was spinnenweben sind echt nervig ich möchte nicht wissen wie das für ein tier ist also für eine fliege oder so ist die hölle ich finde schon als mensch nervig wenn du so spinnnetze überall an die klima ja dann fällt mal ein paar bäume für den holz sagst haben wir noch immer die liste all righty na no we came people time to make fire okay kussech you have a big mouth like me so come on sanfter wir haben feuer gemacht die es wird langsam dünn klar ich bin gespannt ob wir ihn dann Nacht auf Tiere treffen, also auf Bären oder Kojoten oder Füchse oder was weiß ich. Ich bin bereit für das Dessert. Geh' weiter. Willst du ein Stück? Ja, ich bin gut. Du eatest es. Ich bin jetzt der Judge, nicht du. Also kannst du trotzdem ein Stück haben. Okay. Ich versuche, dass du eine Revenge bekommen hast, Judge. Hey, ich will eine neue Trial. Zu late. Klapp. So gut. Ich wünsche, dass wir einen Cheeseburger und einen Milchschake hatten, wie vorhin. Oh, Mann. Der Schake war so gut. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Diner auf dem Weg raus finden. Ich will noch einen. Ich weiß. Wir werden dir einen bekommen. Ich versuche. Wir müssen mal gucken, wie viel, äh, ah, können wir sogar jetzt eh machen, oder? Ja. Ah, 30, äh, 30 Dollar 30 haben wir. Was haben wir denn alles noch dabei? Aha. Was ist das? Haschpfefe. Ah. Mittlerweile würde ich eindeutig was rauchen, wenn ich könnte. Decke. Gott sei Dank habe ich die Decke, um uns warm zu halten. Fühlt sich an wie ein Stück zu Hause. Genau. Handy-Ladekabel. Restaurantquittung. Passte so gar nicht ins Budget. Doch wir sind stundenlang gelaufen und Daniel brauchte was genau wie ich. 13 Euro. Geht sogar eigentlich. Sonst? Leere Flasche. Wasser. Oh. Äh. Ich kann mir das nicht ansehen, es geht einfach nicht. Wir müssen uns vielleicht gefälschte Ausweise besorgen, aber ich habe keine Ahnung wie. Kleinvieh macht auch Mist, wir brauchen allerdings viel mehr Kleinvieh. Das muss ich behalten, das ist alles was mir von Papa bleibt. Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst, Jen. Ja. Okay. Ah, hier. Das haben wir auch noch. Meine Partypläne kommt mir wie ein vergangenes Leben vor. Der ist seit Monaten da drin, ich weiß nicht mal mehr was da drauf ist, genau. Mh. 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 Limon. Können die Sachen ansehen. Chips. Handy. Feuerzeug. Hat das Handy noch Akku? Ah, okay. Aber das Handy hat noch Akku, also darf ich derweil auch mein Handy benutzen als Dings. Unbekannt. Seen, alles cool bei dir? Ähm. Wir haben uns eine Weile nicht unterhalten, aber ich habe gerade einen Haufen Bullen bei deinem Haus gesehen. Sag mal, ob bei dir alles cool ist. Seen, alles cool bei dir? Ähm. Hey, Cing, gehst du heute auf die Party? Wäre super. Hi, Cing. Wie du siehst, hier ist Jen. Äh. Ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Äh. Noch nicht zu betrunken, also komm her zum Feiern. Ähm. Seen, ich habe gehört, bei dir zu Hause ist etwas passiert. Bitte ruf Lila an. Wir sind für dich da. Äh. Äh. Seen, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Meine Mutter ist Rechtsanwältin und sagt, wir dürfen nicht involviert sein und dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst, aus rechtlichen Gründen. Sie wollten auch nicht, dass ich dir texte, aber nichts hält mich davon, dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Ich wünschte wirklich, ich könnte helfen. Deine Freundin Jean. Okay. Leila. Äh. 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 Scheiße, ich will nicht mehr auf dem Planeten leben. Genau. Bist du schon bereit für die Party? Antworte, oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Genau. Wo zum Teufel bist du hin? Komm zurück, ich habe dir mein Outfit noch nicht gezeigt. Glaubst du, du bist der einzige, der wen klar machen will? Hallo? Bist du noch da? Lass mich nicht hängen, Arschloch. Ernsthaft? Was ist denn das? Ach so, so ein Geist-Emoji. Wenn du nicht zur Party kommst, mache ich dich kalt. Hast du das gehört? Es ist Halloween. Nicht der 4. Juli. Leute. Scheiße, ich hasse es, wenn du mich wie einen Geist behandelst. Das machst du bestimmt nicht, wenn du Jean schreibst, oder was? Äh. Ich bin weg. Ruf mich an, wenn du soweit bist. Polizeiwagen in deiner Straße. Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Ich höre Sirenen von Polizei und Krankenwagen. Sien, antworte mir. Sag mir, dass es dir gut geht. Ich bin Krankversorger. Dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen, oder hat jemanden erschossen, oder was weiß ich. Das ist Schrott, richtig? Was auch immer passiert ist, Mann. Sprich mit mir. Ruf mich an. Irgendwas. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Sien, ich kann verflucht nochmal nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Mir geht es nicht gut, Leila. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Daniel aus der Stadt. Ohm, geh. Was? Was, was, was? Sien, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Sien, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Tu das nicht. Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Äh. Was? Wen hat ihn erschossen? Ich kann nicht reden. Wir müssen weg. Nein. Komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in Sicherheit sein. Nein. Ich rufe dich an, wenn ich kann. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß, du hast nichts getan. Wir sagen es ihnen. Sien, bist du da? Ähm. Ich kann nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, ihr beide. Ich liebe dich. Jungs, geht es euch gut? Gut. Wir haben für ein paar Stunden angehalten. Daniel schläft. Er ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Verstecken uns. Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, Lala. Es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück? Nein. Ich bin bei dir sehen. Bitte ruf mich bald an. Jesus Christ. Die hat er richtig viel geschrieben. Mal gucken. Hat er. Äh. Das haben wir ja, glaube ich, nur übersprungen. Okay. Krank. Aha. Ähm. 30. Zehnter. Sien, du stehst auf dem Plan. Also, wo bist du? Ich hoffe, du hast einen sehr guten Grund, uns so hängen zu lassen. Ruf mich sofort an, falls du deinen Job behalten willst. Sien, du kannst uns nicht einfach während der Inventur hängen lassen. Das ist extrem unprofessionell. Sien, dein Boss hier. Ich entschuldige mich für die vorherigen Nachrichten. Gina hat mir endlich erzählt, was passiert ist. Und es tut mir sehr leid, von deinem Verlust zu hören. Wir alle denken an dich und hoffen, dass du dich bei der Polizei von Seattle meldest, um die Angelegenheiten aufzuklären. Du und dein Bruder müsst hier sein, damit wir euch helfen können. Bitte kontaktiere mich, falls du irgendetwas brauchst. Ah, das ist unser Boss von Dings. Sofort du... Was? Ähm. Okay, du kommst oder es setzt was? Es setzt nada, du Kiffer. Leg mich an. Leila kommt. Sie ist echt die coolere von euch beiden. Kein Scheiß. Äh. Wo bist du Arsch? Äh. Schwing die Hufe. Bring Bier mit. Isst schon alle. Sofort du. Okay. Gut. Das war's. Wir haben so ein bisschen die Nachrichten durchgeguckt. Kann ich spielen auf dem Handy? Bitte. Ähm. 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 Nach ihm sehen. Okay. Können wir jetzt nicht. Wir sind die Wölfe. Äh. Wir sind die Wölfe. Äh. Natürlich gibt es die. Wir sind die Wölfe. Glaubst du, warum sind da unten ganze Zeit diese zwei Wolfsbrüder, die da rumrennen? Ähm. Er erinnert mich so ein bisschen an Bärenbrüder gerade. Ähm. Ah. Hoffentlich rufen wir keine richtigen Wölfe her. Äh. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlau. Aber wir haben eh ein Feuer und ähm, Wölfe mögen ja anscheinend kein Feuer. Glaub ich zumindest. Du bist okay, Junge? Ja, ich fühle mich gut, dass ich mich nicht mehr verletzeihe. Sean? Ja? Ich bin mir nicht schuld, was mit Brett passiert ist. Ich erinnere mich nicht alles. Es ist nicht deine Schuld. Wir haben uns geschlagen, nichts ist passiert. Es ist nicht deine Schuld. Es ist vielleicht besser so. Ich kann das nicht wegen der Fähigkeit nicht erinnern. an rucksack portemonnaie hier echt alles liegen ja ich würde sagen bevor wir uns sagen dass er schlafen gehen soll mache ich hier jetzt mein cut und dann sehen wir uns in einer weiteren folge von life is strange 2 ich bin gespannt was wir in der nächsten folge machen werden wir haben uns jetzt ein camp aufgebaut ein kleines wir werden jetzt wahrscheinlich eine runde schlafen und mal gucken ob wir noch besuch von wilden tieren bekommen während wir pennen oder ob die nacht einwandfrei läuft verläuft und nichts passiert und ich verabschiede mich bis zu einer weiteren folge von life is strange so